Hallo und herzlich willkommen hier bei Irgendwie KI. Wirklich schön, dass ihr dabei seid. Ein brandneuer Podcast, bei dem sich alles um KI dreht und um Chatbots wie ChatGPT. Unsere Mission ist KI einfach und verständlich zu erklären und alles einzuordnen. Viel Spaß! Irgendwie KI. Herzlich willkommen bei diesem neuen Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz im Allgemeinen, Chatbots im Speziellen. Und irgendwie ist im Augenblick ja alles Künstliche Intelligenz. Alle reden drüber, alle schreiben drüber, alle beschäftigen sich damit, sehen Geschäftsmodelle, haben Angst davor, finden es toll oder begeisterungsfähig, schummeln damit in den Hausaufgaben und, 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 und. Also KI ist das neue Thema. Das ist gekommen, um zu bleiben, sagen wir ja immer ganz gerne. Und wir, das bin ich, Jörg Schieb und das ist Peter Posch. Hallo Peter. Ja, hallo Jörg. Wir beiden haben zusammen ein Buch geschrieben, der Digital-Schock. Ja, danke dafür. Das war eine tolle Zusammenarbeit und hat ganz schnell und gut funktioniert. Darauf gehen wir später ein. Aber erstmal haben wir jetzt gedacht, wir machen mal einen Podcast, weil es gibt so unglaublich viel zu erzählen zum Thema KI. Und es wird auch viel Unsinn erzählt und wir versuchen weniger Unsinn, Minus, Minus Unsinn und wollen Künstliche Intelligenz verständlich erklären, einordnen und natürlich auch die Leute up to date halten, hier in diesem Podcast irgendwie KI. Denn es gibt ja wirklich, kann man nicht anders sagen, ein Turbo-Tempo gerade bei Künstlicher Intelligenz. Oder wie siehst du das? Ja, es ist ein Wahnsinn, was seit Chat-GPT passiert ist. Die Schleusenrohre sind gebrochen und wir haben im Prinzip stündlich neue Anwendungen, die auf den Markt kommen. Manche spannend, manche redundant, aber immer steht irgendwo KI irgendwo drauf. Und ja, das ist, wie du schon sagtest, auch der Grund, warum wir uns irgendwie mit KI beschäftigen wollen. Genau, irgendwie KI. Und wir haben eine ganz lange Latte und Liste von Themen für die verschiedenen Episoden, die wir machen wollen, die jetzt so ein, zwei Episoden pro Woche rauskommen sollen. Und wir fangen natürlich ganz vorne an mit, was ist und kann eigentlich KI? Das ist die erste Episode und jetzt geht's los. Erste Episode von Irgendwie KI. Und zwar das Thema, was ist und kann eigentlich Künstliche Intelligenz? Peter, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich ein ganzes Seminar drüber machen. Du bist Professor und beschäftigst dich schon seit 15 Jahren mit Künstlicher Intelligenz. Kriegen wir das irgendwie in 20 Minuten gepresst, dass wir mal so einen guten Einstieg kriegen? Ich werde das Beste versuchen, ja. Also du hast recht, man kann sich da ein Leben lang mit beschäftigen. Ich habe eine nette Kollegin aus der Informatik bei mir in Dortmund, die macht das seit 1960, aus einer Zeit, als man das wirklich noch als maschinelles Lernen bezeichnet hat. Und es gibt in der Community, in der Entwicklergemeinschaft so diesen alten Witz. Wenn es jemand macht, der es umsetzt, nennt man es maschinelles Lernen. Wenn es auf eine PowerPoint-Präsentation muss, heißt es dann Künstliche Intelligenz. Also der Unterschied ist im Prinzip nur der in der Anwendung. Aber das Thema ist alt. Also wir beschäftigen uns schon sehr lange damit. Aber es ist gleich ein wichtiger Aspekt, finde ich, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Künstliche Intelligenz, der Begriff, der heute so ganz selbstverständlich auf jeder Kaffeemaschine pappt, die irgendwie drei verschiedene Kaffees zusammen zaubern kann. Künstliche Intelligenz mit dem Begriff Intelligenz habe ich persönlich so ein bisschen ein Problem, weil das ziemlich hochgehängt ist. Und eigentlich, wenn man es psychologisch angeht, ja auch streng definiert ist, können Maschinen eigentlich intelligent sein? Dann ist maschinelles Lernen nicht wirklich der bessere Begriff, weil der ist wenigstens ehrlich. Da gebe ich dir absolut recht, Jörg. Also was alles heute mittlerweile smart ist und dann doch wenig kann, da wundert man sich schon, ja. Natürlich, maschinelles Lernen ist das, was es beschreibt. Also wir bringen einer Maschine bei, Dinge zu lernen und je nachdem, wie breit oder wie eng dieses Lernen dann ausgerichtet ist, kann die Maschine dann entsprechend wenig oder viel. Es klingt halt nicht so gut wie eine KI und natürlich schwingt bei dem Begriff KI, Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, AI, spielt natürlich so ein bisschen die Idee mit, irgendwann werden wir die superschlauen Maschinen haben. Und das ist mit Sicherheit eine der Gründe für das Marketing dieses Begriffs. Marketing ist ja immer wichtig bei uns im Leben, das ist klar. Und ja, Künstliche Intelligenz ist ein Begriff, den man im Augenblick wirklich rauf und runter hört. Öfter als Bundesliga habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber wir sollten vielleicht ganz vorne anfangen und mal erklären, wie wir das auch im Buch gemacht haben, der Digitalschock. Unter digitalschock.de kann man da auch eine Leseprobe runterladen, dazu aber auch später mehr. Aber so wie wir es im Buch gemacht haben, fangen wir vorne mal an und erklären vielleicht erstmal grundlegend, wenigstens für jemanden, der noch nicht bei dir in der Vorlesung war oder das Buch noch nicht gelesen hat, was eigentlich Künstliche Intelligenz ist und wie sie funktioniert. Was würdest du sagen, wie funktioniert Künstliche Intelligenz eigentlich? Also wie ein Mensch? Lernt so ein System wie ein Mensch und mit all den Vor- und Nachteilen, die so ein Mensch hat? Wie geht man da überhaupt vor? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben noch nicht so richtig verstanden, wie wir Menschen trainieren oder wie wir lernen. Es gibt ein paar Ansätze, die wir glaube ich ganz gut verstanden haben. Dadurch, dass wir Sachen immer wieder tun, werden wir besser in diesen Sachen. Also wir sind natürlich Gelegenheit, also Menschen, die gelegentlich das Gleiche machen, trainieren sich eben auch diese Sache. Also Gewohnheitstiere. Gleiches gilt im Prinzip auch für eine Maschine. Der Vorteil bei einer Maschine ist nur der, dass wir sie sehr, sehr oft dieselbe Sache trainieren lassen können. Sie wird nicht müde. Sie möchte keine Abwechslung, sondern man kann halt hier sehr, sehr viele Epochen, nennen wir das, durchlaufen lassen, in denen diese Maschine ein oder verschiedene andere Dinge eben immer wieder ausprobiert. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt ein guter Tennisspieler werden möchte und muss die Vorhand oder die Rückhand trainieren, dann mache ich das halt 17 Wochen lang, 70 Mal am Tag. Dann wird sie besser. Im besten Fall zumindest wird sie dann besser, weil ich es halt übe. Das ist das, was du hier andeutet. Wir müssen lernen, wir müssen lernen, wir müssen Erfahrungen sammeln. Der Körper lernt ja auch, aber irgendwann sind wir müde. Und das ist der Unterschied zur KI. Die kann 24-7 lernen, oder? Absolut. Das ist genau das, was wir sehen. Wir können die Maschinen halt lange laufen lassen, was allerdings auch gleichzeitig, du sprichst das schon ganz dezidiert an, eine der Probleme natürlich ist der unglaubliche Energiehunger. Weil je besser die Maschine werden muss, umso länger muss sie trainieren. Und längeres Trainieren braucht zwei Sachen. Das eine ist Daten. Also wir brauchen Input, mit dem wir die Maschine füttern können. Deine Vorhand, wenn du das 10.000 Mal gemacht hast, ist letztlich ja immer derselbe Input. Nämlich du, deine Hand und der Tennisschläger. Und ein paar Bananen muss man ja machen. Boris Becker hat immer Bananen gefuttert, damit er keinen Krampf kriegt. Geht auch Energie rein, ne? Da geht auch Energie rein, nur das ist genau das Zweite, was wir bei einer Maschine brauchen. Unglaubliche Energiemengen. Die Art, wie dieses Rechnen durchgeführt wird, benötigt sehr, sehr hoch trainierte Grafikkarten. NVIDIA hat ja gerade Quartalszahlen vorgelegt, hat nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt, wie das Unternehmen hier auf der Hardwareseite von diesem Trend auch profitiert. Und diese Grafikkarten brauchen eigene Netzteile, um halt die Leistung abrufen zu können, die sie benötigen, um dieses Training durchzuführen. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal, das sind jetzt verschiedene Aspekte, Energie, Grafikkarte und so weiter. Man muss schon sagen, künstliche Intelligenz, das ist nichts Impulsives oder Intuitives. Wenn künstliche Intelligenz irgendwas tut, dann ist das vor allem Rechenarbeit, knallharte Rechenarbeit, oder? Ja, natürlich, exakt. Also eine Maschine zu trainieren ist relativ dröge. Es ist langweilig. Man sitzt halt vor seinem Entwicklertool. Man versucht, dieser Maschine etwas beizubringen, lässt es laufen, wartet eine ganze Weile, bis halt verschiedene Trainings abgeschlossen sind. Und dann beginnt erst die Anwendung, über die man sich dann freuen kann. Genau. Also, ich glaube, man muss auch mal ein bisschen erklären, der Unterschied zwischen einem normalen Computerprogramm, normal jetzt mal ein bisschen, nur ganz dezent in Anführungszeichen, und der künstlichen Intelligenz ist, ein Computerprogramm kann aus hunderttausenden Zeilen Code, Programmcode bestehen, um dann das zu machen, was man vorher vorgesehen hat als Programmierer oder als Programmiererteam. Im Idealfall sind alle Fälle vorher schon durchdacht und mit If-then-else-Closes und so weiter festprogrammiert. Künstliche Intelligenz funktioniert ja anders. Da sagt man ja nicht, jetzt erkläre ich dir mal, wie eine Katze aussieht. Und zwar hat die spitze Ohren und Fell und was ist eigentlich Fell? Das macht man ja nicht. Also, künstliche Intelligenz ist, das ist zwar auch ein Programm, aber das Programm stellt im Grunde genommen nur das KI-Modell letztlich bereit. Aber das Training, das Lernen ist das eigentliche, in Anführungszeichen, jetzt hier Programmieren. Das Beibringen von, worum es eigentlich geht. Muster erkennen, insbesondere. Ja, ganz exakt so ist es. Man könnte vereinfachtend sagen, dass das Programmieren, der Programmierteil einer KI, nicht der ausschlaggebende Teil ist. Das ist natürlich nicht ganz richtig, weil man muss natürlich wissen, was man macht. Aber von der Menge des Programmcodes, wenn man das als Indikation nimmt, dann hat so ein Programm wie ChatGPT, kann man in hundert Zeilen schreiben. Das ist ja erstaunlich. Ja, das ist eigentlich nichts. Also, was man eigentlich macht bei einer KI ist, man legt fest, wie sie lernen soll, wie die Struktur ist, was die Zielfunktion ist, was auch die Bestrafung ist, wenn die Maschine falsche Ausgaben macht. Die sogenannte Loss Function ist da insbesondere ganz wichtig. Und dann zurückgehend auf dein Katzenbild, was man macht ist, man beschreibt, wie du schon richtig sagtest, nicht die Katze, sondern man gibt der Maschine ganz, ganz viele Bilder von Katzen, Hunden, Fischen. Und sagt ihr dazu, pass mal auf, das wäre eben das Supervised Learning. Pass auf, das hier ist eine Katze, das hier ist keine Katze und auch ein Fisch ist keine Katze. Und daraus lernt die Maschine die Struktur, was es bedeutet, Katze zu sein. Ohne, dass man das selber irgendwie vorgibt. Nach dem Motto, zähl mal die Pfoten oder so, muss man gar nicht machen. Das macht die KI von alleine. Ja, wobei beim angeleiteten Lernen geben wir schon die Info mit, wenn wir jetzt Katzenbilder lernen wollen oder einen Katzenidentifikator bauen wollen, dann geben wir schon die Information mit, das hier sind echte Katzenbilder und das hier sind keine Katzenbilder. Das schon, aber man sagt jetzt nicht die Details, man verrät nicht schon. Absolut. Und das ist aber auch knallharte Arbeit, weil man zeigt so in der KI jetzt nicht irgendwie zehn Bilder und das reicht, sondern das geht in die Tausende, oder? Exakt, ja. Also wir brauchen sehr, sehr viel Dateninput. Deshalb kommt auch diese Entwicklung natürlich oder kam zusammen mit dem Thema Big Data, also große Datensätze, die man dann braucht, um halt solche Maschinen trainieren zu können. Sie brauchen auch sehr, sehr viel menschlichen Input, diese Datensätze, nämlich es muss sich jemand hinsetzen und diese Tausende oder Zehntausende Bilder wirklich klassifizieren. Es muss jemand da stehen und sagen, ja, Katze ja oder Katze nein. In der Vorbereitung, in der Hoffnung, dass am Ende die Maschine gelernt hat, was bedeutet die Struktur Katze sein. Im Zweifel haben dann Menschen mitgeholfen, die es gar nicht wissen. Also das, Klammer auf, bei Google, die einem ja manchmal diese Vorschaufenster zeigen, diese Captchas, wo man sagen muss, wo ist der Zebrastreifen, wo ist die Treppe und so weiter. Und so hilft man einem KI-System indirekt zumindest zu lernen, wo was anfängt und wo was aufhört. Klammer zu wollen wir gar nicht vertiefen, aber genauso funktioniert es. Aber in einer späteren Stufe ist es dann auch teilweise so, dass eine KI die andere trainiert, also sich gegenseitig dann präzisiert. Wie funktioniert das? Ganz genau. Also dieses Angeleitete oder Supervised Learning war, wenn man so möchte, eine der ersten Ideen, die wir hatten. Und die unterscheidet sich auch ehrlicherweise nicht von klassischer Statistik. Man nennt es auch besianische Statistik, also eine Form, die sehr nah an dem dran ist, was wir außerhalb des maschinellen Lernens auch kennen. Viel später kam dann, und das war gerade eben erst neulich, also diese Entwicklungen sind wirklich sehr, sehr frisch im Verhältnis zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, kam dann die Idee auf zu sagen, naja, wir können ja zwei Maschinen nehmen, die wir miteinander trainieren lassen. Das heißt, wir haben eine Maschine, die die Aufgabe bekommt, Katzen zu generieren, also ein Katzenbild zu erzeugen, also eine Katze, die nicht real existent ist, einfach zu malen. Und wir haben eine zweite Maschine, die entscheiden soll, sieht das aus wie eine Katze, ja oder nein. Und wenn wir diese beiden Maschinen miteinander verknüpfen, man könnte auch sagen gegeneinander spielen lassen, nämlich die Katzenmaschine, die generierende Katzenmaschine belohnen, wenn sie eine gute Katze generiert hat und den Klassifikator, also die zweite Maschine, die entscheiden soll, ist das eine echte Katze, ja oder nein, dafür belohnen, wenn er es geschafft hat oder es es geschafft hat, eine echte Katze von einer generierten zu unterscheiden. Und wenn man das lang genug macht, diese beiden Maschinen miteinander spielen lassen, sagen wir auch, dann bekommt man wirklich einen Generator, der Katzenbilder kreieren kann, die nicht mehr von echten Katzen zu unterscheiden sind. Also jetzt ganz vereinfacht gesprochen natürlich, so ähnlich wurden diese bildgenerierenden KI-Systeme wie mit Journey und so weiter, wurden trainiert, damit sie das so gut können, wie sie es heute schon können. Ich frage mich so ein bisschen, wie kann man eine KI belohnen? Extraportion Strom? Ja, also belohnen ist natürlich recht. Also es läuft, wie gesagt, viel über diese Loss Function, dass die Maschine als Ziel bekommt eben den Verlust zu ihrer Zielfunktion, also dessen, was sie machen soll, wofür sie da ist, dass der möglichst gering wird. Und das ist natürlich implizit eine Belohnung. Es klingt auch besser, als zu sagen, man bestraft sie, weil auch dann nimmt man ihr keinen Strom weg, sondern ja, ändert halt etwas in dieser Zielfunktion. Aber das ist, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer schon mal interessant. KI muss lernen, das ist ein zeitaufwendiger Prozess, das dauert lange, kostet viel Energie, ist viel Arbeit und dann kann dieses System oder dieses Modell, das man dann da trainiert hat, auch wirklich nur diese eine Sache. Also kann dann eben das, was man halt vorgesehen hat, kann dann eben Katzen von Hunden unterscheiden oder von mir aus alle Tierarten unterscheiden oder was auch immer und nichts anderes. Also es ist ein sehr spezielles Wissen, oder? Also fokussiert auf einen Themenbereich und da kann eine KI heute schon relativ gut werden. Genau, also was du angesprochen hast, sind jetzt zwei unterschiedliche Anwendungen. Wir können eine KI trainieren, ein Klassifikator zu sein, also uns oft zu sagen, wenn wir ihr ein Bild zeigen, was ist auf diesem Bild zu sehen? Ist das eine Katze, ist das ein Hund, ist das ein Fisch? Das können wir trainieren mit ganz, ganz vielen Bildern. Es hat sehr lange gebraucht, tatsächlich, bis wir ein Foto, wo mehrere Elemente drauf sind, sagen konnten, was ist denn das Hauptelement oder welches dieser Element ist im Vordergrund? Also ein Foto von dir mit einer Katze auf dem Gartenstuhl, hat halt drei Objekte, Gartenstuhl oder vier sogar, Garten, Gartenstuhl, Jörg und die Katze. Und damit hatten Maschinen lange, lange Probleme, also gerade Klassifikatoren. Das haben wir mittlerweile gelöst. Das funktioniert gut. Das heißt, wir können Maschinen bauen, die für verschiedene Zwecke gut funktionieren. Und ja, du hast völlig recht, sie funktionieren dann meist in anderen Umfeldern gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht. Und da, wo sie trainiert werden, sind sie heute, da haben wir in den letzten Monaten, Jahren ja auch einen gigantischen Sprung gemacht von der Leistungsfähigkeit, was auch mit der Rechenfähigkeit zusammenhängt. Da sind sie deutlich schon dann besser als Menschen. Also beispielsweise eine Gesichtserkennungs-KI, ein Klassiker quasi für den Masseneinsatz von KI, die kann ja mühelos Millionen von Gesichtern unterscheiden. Das konnte ein Mensch ja niemals leisten, oder? Ja, also da sind sie sehr, sehr gut. Also gerade bei menschlichen Gesichtern erkennen. Ich weiß nicht, wie gut sie gerade in diesem Beispiel zu uns Menschen sind. Also oftmals kann ich mich nicht an alle Menschen mit Namen erinnern, aber ich kann doch sehr, sehr schnell sagen, ob ich jemanden kenne oder nicht. Eine begrenzte Zahl. Ja, absolut. Eine begrenzte Zahl, die man aktiv vorhalten kann, ja. So, und vielleicht, wir müssen jetzt auch mal über Chat-GPT natürlich sprechen, weil das ist für die meisten im Augenblick die KI-Anwendung schlechthin. Da wird man mit Katzen- und Hundebildern nicht weit gekommen sein. Wie funktioniert denn so ein Chatbot? Ja, also die Katzenbeispiele sind deshalb klassisch, weil es die ersten oder eine der klassischen generierenden Beispiele sind. Also wenn man eine neu generierende, bildliche KI hat in der Literatur, dann muss man immer zeigen, ob man Katzenbilder damit generieren kann. Dann übertrieben jetzt gesagt. Aber da kommen wir her von dem Bildlichen, vor allem auch, weil wir das Bildliche als Menschen sehr, sehr schnell einschätzen können. Wir können eben sagen, ist eine Katz oder nicht, ist eine gut trainierte KI oder eben nicht. Chat-GPT ist ein Sprachmodell, ein sogenanntes großes Sprachmodell, also ein Modell, in das sehr, sehr viele Trainingsdaten hineingeflossen sind. Kann man sagen, wie viel, nur grob? Also Chat-GPT sagt es nicht ganz genau, wie viel an Daten reingegangen sind, aber es sind mehrere Milliarden Tokens generiert worden. Tokens sind Zeichenketten, auf die dieses Modell funktioniert eben. Und ganz ähnlich zu dem Katzenbeispiel ist es so, die Maschine lernt ja, was es bedeutet, eine Katze zu sein. Und in diesem Fall hat Chat-GPT eine Maschine trainiert, die gelernt hat, Text zu verstehen und daraus Text zu generieren. Was zwei Dinge sind. Das eine, verstehen oder die Zusammenhänge verstehen vielleicht, ist eine Sache. Aber selber was zu erzeugen, ist ja dann nochmal eine andere Sache. Ja, genau, ich wollte es auch gerade einschränken, weil verstehen natürlich, wir müssen bei den Begriffen natürlich ein bisschen aufpassen, auch wenn das ein bisschen langweilig sein kann. Aber im wirklichen Sinne verstehen kann Chat-GPT-Zusammenhänge nicht, also im kausalen Zusammenhang verstehen. Ich kann nur sagen, Moment, Shakespeare hat da auch schon mal über den See geschrieben und diese Zusammenhänge werden hergestellt. Exakt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Chat-GPT hat sehr, sehr gut gelernt, welche Wortfolgen wahrscheinlich aufeinander folgen. Also, wenn wir jetzt zusammen unterwegs sind, spazieren gehen und ich sage dir, bieg da vorne bitte nicht rechts ab, sondern dann würdest du direkt ergänzen links. So, das ist die größte Wahrscheinlichkeit, weil abbiegen hat halt nur zwei Richtungen. Das ist das Niveau, auf dem Chat-GPT unterwegs ist. Allerdings mit unglaublich viel Informationen darüber, welche Worte hintereinander wahrscheinlich folgen. Und es ist auch so, dass Chat-GPT oder jedes bisherige große Sprachmodell, also es gibt noch andere, tatsächlich so funktionieren. Also, sie erzeugen ein Wort und suchen sich das nächste Wort, was die höchste Wahrscheinlichkeit hat und dann das darauf folgende Wort und immer so weiter. Also, in einer Kette ist es ein Wahrscheinlichkeitsgenerator für Wörter, die aufeinander folgen. Also, mit Chat-GPT insbesondere beschäftigen wir uns gleich in der zweiten Episode schon noch etwas intensiver, weil in der Tat gibt es dazu noch eine Menge zu sagen. Faszinierend ist das, wenn man sich so ein bisschen mit Technik beschäftigt, was da heute schon geht. Ich glaube, 750 Gigabyte Daten sind so grob da reingeflossen bei Chat-GPT. Das waren ja anscheinend vor allem Texte, die frei zugänglich sind. So Gutenberg-Bibliothek, Wikipedia natürlich, Webseiten, Tweets und so weiter. Aber wenn jetzt irgendwas aufgeschrieben wurde, was nicht im Netz verfügbar ist, dann kann davon Chat-GPT nichts wissen. Ganz genau. Also, ob alles davon frei verfügbar ist. Es gibt auch Kritiker, die sagen, naja, ob die alle Copyrights hatten für die Trainingsdaten. Die Zustimmung da war, genau. Ja, und ob es wirklich nur Dinge in der Public Domain waren. Aber ja, grundsätzlich hat GPT trainiert auf einem Datensatz, einem Crawler-Datensatz, also einem großen Datensatz, der aus dem Internet genommen wurde, von Foren, von Programmierseiten, wo Programmierprobleme diskutiert wurden. Das ist auch der Grund, warum die Anwendung, wo Chat-GPT wirklich sehr, sehr gut ist, Programmierunterstützung ist. Also, das ist das, was wirklich am besten funktioniert. Was relativ mäßig funktioniert, ist natürlich die Diskussion über wirklich Fachthemen. Das funktioniert jeweils so gut wie die Daten, die reingeflossen sind. Und was sehr, sehr gut funktioniert, ist natürlich einfach die menschliche oder menschenähnliche Unterhaltung. Also, man kann mit dem Ding einfach gut reden über Alltagsthemen. Allerdings natürlich, wie du sagtest, nicht über aktuelle Sachen, weil der Cut-off-Point war im September 2021. Also, all das danach generierte Wissen, darauf wurde Chat-GPT nicht trainiert und kann darauf auch bisher nicht direkt zugreifen. Bisher immer mit der Einschränkung, mittlerweile gibt es Öffnungen und andere Sprachmodelle, wie zum Beispiel Barth von Google, die eröffnen das Ganze schon, dass es einen realen Zugang gibt. Das ist auch dringend nötig. Ich merke das bei Gesprächen mit Kollegen, Freunden und so weiter, dass die das erwarten. Dass man Chat-GPT nicht erklären muss, was der Ukraine-Krieg ist. Das soll das System doch bitte wissen, wenn es schon Intelligenz im Namen führt. Aber um zu verstehen, warum es anders ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir erklären, wie der Weg ist. Also, dass das wirklich ein wochen-, monatelanges Training erforderlich war und ist, um ein solches Sprachmodell zu trainieren und dann auf die Leute loszulassen. Und warum dauert das Monate nicht gar nicht mal nur dieses eine Modell, sondern man verwirft ja immer wieder auch Modelle, die noch nicht gut genug sind und trainiert nochmal neu, weil man irgendwie was Neues, eine neue Methode entwickelt hat, um das nochmal zu verbessern und zu optimieren. Und es ist nicht so, dass man das einmal trainiert und dann ist es das gleich und damit kann man dann an die Öffentlichkeit gehen, oder? Nein, exakt. Also, man hat mehrere Runden. Man hat natürlich sehr, sehr teures Training, wie du schon sagtest. Also, Chat-GPT hat wahrscheinlich genaue Informationen darüber, lässt OpenAI, das Unternehmen, hinter Chat-GPT nicht raus. Hat aber wahrscheinlich etwa sechs bis neun Monate gerechnet. Wahnsinn. Und zwar kontinuierlich gerechnet auf sehr, sehr vielen Computern. Also, man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass man da mal seinen Laptop laufen lässt über diese Zeit, sondern das sind Rechnerfarmen, in denen das passiert. Und ja, das ist schon sehr, sehr intensiv. 700.000 Dollar am Tag, habe ich gelesen, ist nicht bestätigt, aber ist eine Schätzung wohl, zahlt OpenAI pro Tag, um Chat-GPT am Laufen zu halten. 700.000 Dollar und Milliardenbeträge wurden investiert, um das System, das Modell so weit zu entwickeln und so weit zu bekommen, wie es heute ist. Das sind wirklich wahnsinnige Summen. Aber es ist anscheinend auch ein gigantischer Markt, denn man erwartet ja dann auch anscheinend gute Umsätze, sonst würde man ja nicht so furchtbar viel investieren. Aber auch dazu später mehr. Wie gut ist so ein Training? Kann man das sagen? Kann man das vergleichen eigentlich? Chat-GPT ist so schlau wie ein 5-jähriges Mädchen oder ein 17-jähriger Student oder nicht Student, Blödsinn, Abiturient oder eine Großmutter mit 80 Jahren Lebenserfahrung. Kann man das so einordnen? Ja, also GPT in den verschiedenen Varianten hat ja verschiedene Tests gemacht, teilweise sehr, sehr gut abgeschnitten. Also im oberen Bereich beispielsweise bei der Zulassung zum Medizin oder der Zulassung zum Rechtsanwalt nach USA-Tests, die da dort sehr, sehr standardisiert sind. Letzteres, gerade diese Bar-Zulassung in den USA als Rechtsanwalt hat auch dazu geführt, dass manche Rechtsanwälte sich gesagt haben, naja, nutze ich doch GPT einmal, um mir diese Arbeit zu erleichtern und frage halt GPT nach bestimmten Rechtsurteilen. Dazu muss man wissen, in Amerika oder im angelsächsischen Raum funktioniert das Rechtssystem ein bisschen anders. Man muss halt Fälle raussuchen, die ähnlich gelagert waren und darauf diese vortragen. Man nennt das auch Case Law. Das ist bei uns ein bisschen anders geregelt. Aber es gab jetzt gerade jüngst vor ein paar Tagen einen Fall, wo ein Rechtsanwalt dann vor Gericht zugestehen musste, dass er genauso vorgegangen ist. Nicht selber recherchiert hat, sondern hat die New York Times darüber geschrieben. Das ist schon bitter. Genau. Hat aber trotzdem wahrscheinlich die normale Rechnung rausgeschickt. Das ist zu vermuten. Da ging es um den Fall, glaube ich, im Flugzeug einer Airline hat von diesen Trolleys, mit denen die Stewardessner und Stewards da durch die Gänge kutschieren, gegen Knie geknallt und der wollte irgendwie da eine Entschädigung haben. Und dann wurden da lauter Fälle aufgeführt, wenn ich mich richtig entsinne, die angeblich genau so einen Fall enthalten und wo Zahlungen geleistet wurden. Aber die waren alle nicht existent. Da hat ChatGPT also was erfunden. Das ist ja das, wo sich viele auch darüber aufregen, ärgern, dass ChatGPT Dinge erfindet. Wie kann das sein eigentlich? Ja, exakt. Ich glaube, Jörg, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir unseren Hörern auch immer, immer wieder sagen müssen, weil wir sind hier mit einem neuen Tool konfrontiert und benutzen es auf Arten und Weisen, wofür es nicht gemacht wurde. Ich meine, auch mit einem Löffel kann man den Garten umgraben. Das ist nicht vielleicht eine gute Idee. Was ChatGPT kann, ist eben Wahrscheinlichkeiten für Wörter herausfinden. Das ist letztlich der Kern dessen, was dort funktioniert. Wenn es nicht weiß, inhaltlich weiß und auch nicht versteht, kann es eben Dinge erfinden. Wir sagen dazu auch halluzinieren. Das Modell überlegt sich dann eben etwas, was nicht in der Struktur des Lernens passiert ist. Das ist ein Riesenproblem, weil wir im Prinzip ein Tool haben, was Dinge vorträgt mit großer Überzeugungskraft. Also die Formulierungen von ChatGPT sind ja immer sehr überzeugend, sehr direkt. Unanfechtbar klingen sie so oft, als könnte es gar nicht anders sein. Genau, aber sie können eben auch falsch sein. In diesem Fall hat man sich Gerichtsurteile ausgedacht, die halt nicht existent waren. Blöd war nur, wenn das halt erst vor Gericht, vor der Richterin auffällt. Und es ist interessant zu sehen, wie damit umgegangen wird. Wie gesagt, zum Chatten, zum auch Diskutieren von Dingen eignet sich das ganz wunderbar. Für den produktiven Einsatz muss man ein paar Dinge beachten und man kann natürlich auch noch das Ganze ein bisschen tweaken, also ein bisschen daran rumschrauben, dass das Modell dann für diesen Einsatz besser geeignet wäre. Da wird auch schon viel rumgeschraubt. Aber in der Tat, es ist interessant, dass man bei einer KI, die auch noch ChatGPT heißt, also einfach nur plaudern eigentlich, eine Unfehlbarkeit erwartet, fast wie beim Papst. Und wenn die dann nicht gegeben ist, ist man erschüttert. Ich habe einen Beitrag gelesen, da ging es auch um dieses Halluzinieren. Und da hat jemand gesagt, ja, was regt ihr euch eigentlich darüber auf? Menschen halluzinieren auch. Also sie erfinden auch was in der Situation, wo sie gefragt werden und können es nicht anders sagen. Entweder wissentlich oder unwissentlich oder sie erinnern sich an eine Situation falsch, weil das Gehirn da halt was zusammenschraubt. Oder sieben Zeugen bei einem Unfall und alle haben das anders gesehen. Da ist was dran. Irgendwie ist das also schon fast sehr menschlich, dass man sich so, dass man auch, dass so ein ChatGPT so einen Unsinn rausgibt und halluziniert. Aber gleichzeitig wollen wir es anscheinend nicht. Wir wollen da Unfehlbarkeit. Und da wird viel zu diskutieren sein, wie man mit so einem Werkzeug umgeht. Absolut. Aber wir sind ja auch wirklich erst in dieser Masse, ganz am Anfang. Das Tool gibt es jetzt seit einem halben Jahr in der öffentlichen Variante. Davor gab es die ChatGPT 2 und 3 Modelle schon für Entwickler. Also diese Modelle sind bekannt und sind auch nicht so neu. Also das Ganze basiert auf einer Arbeit von den Google-Entwicklern aus dem Jahr 2015 war, glaube ich, die erste Diskussion dazu in 2017. Also es ist schon sehr, sehr lange, ich sag mal, bekannt, wie diese Modelle funktionieren können. OpenAI sind natürlich die Ersten, die jetzt nach draußen gesprungen sind und gesagt haben, wir machen das mal ganz öffentlich. Google ist da sehr, sehr viel zurückhaltender. Meta, also Facebook, die Company von Facebook, hat gerade nachgezogen und ein Modell mitsamt der Parameter im Prinzip öffentlich gemacht, für jeden zum Benutzen. Dem hat sich OpenAI bisher verweigert. Also sie versuchen wirklich natürlich auch ihre Investitionen hier zu monetarisieren, wieder reinzuholen, das Geld, was sie dafür ausgegeben haben. Und wie du schon sagtest, auch täglich noch ausgeben. Also ich denke nicht, dass sie im Moment Geld verdienen können. Sie wollen halt ihre Position in diesem sehr, sehr spannenden Spiel, was jetzt hier an Fahrt aufnimmt, sichern. Über ChatGPT und andere Chatbots in der nächsten Episode noch deutlich, deutlich mehr und tiefer. Wir haben jetzt schon unsere eingeplante Zeit echt schon locker überrissen. Ich habe noch eine Frage auf dem Zettel, die wir unbedingt besprechen müssen, weil die auch unweigerlich bei jeder Diskussion über künstliche Intelligenz auf den Tisch kommt. Und das ist die nach der sogenannten Superintelligenz-Singularität, sagt man auch dazu. Und das ist der Moment, wo künstliche Intelligenz einfach deutlich schlauer ist als wir. Wie erklärt es der Wissenschaftler? Was ist, was kann, wird KI uns irgendwann beherrschen? So wird es ja oft gefragt auch. Ist das so, ist das so die Dystopie, dass das KI wie im Schwarzenegger-Film irgendwann uns den Stecker zieht? Ganz viele Fragen auf einmal. Was ist Superintelligenz? Kann das kommen, wird das kommen? Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich der Traum aller Nerds, sage ich mal. Es ist natürlich auch wunderbarer Diskussionsstoff für Science-Fiction, die dann möglicherweise eben von Fiktion zur Realität werden könnten. Also was ist Superintelligenz? Wir haben im Prinzip, wie wir das ja eben schon eingeführt haben, verschiedene Stufen von maschineller Intelligenz. Es gibt diese ganz enge maschinelle Intelligenz. Also das Ding kann eine Sache und die mäßig... Katzen erkennen, Gesichter erkennen. Oder auch der Staubsauger, der durch die Gegend fährt. Also da hätten wir ein Gerät, wo eine gewisse Intelligenz drin ist, wobei die tatsächlich oftmals algorithmisch ist. Das bedeutet vorprogrammiert und nicht erlernt. Aber der Staubsauger wird nicht auf die Idee kommen, mit dir zu plaudern. Das ist deshalb sehr, sehr eng eingeschrieben. Oder sich selber am Kühlschrank zu bedienen. Genau, das wird er wahrscheinlich nicht tun. Daneben gibt es dann die generelle Intelligenz. Da sind wir dann auf dem Level, wo eine Maschine genauso schlau wie wir ist. Und zwar in mehreren Bereichen. Manche Leute sagen auch in allen Bereichen. Das bringt natürlich gleich ein paar Probleme mit sich. Also sie müsste dann genauso gut laufen wie wir. Und es gibt Roboter, die das natürlich sehr, sehr gut können. Da wird dran gearbeitet. Ja, absolut. Exakt. Andere sagen wiederum, naja, diese generelle Intelligenz hätten wir schon dann erreicht, wenn das Ding geistig so gut ist wie wir. Also ähnlich gut Schach spielen kann wie ein durchschnittlicher Mensch, aber gleichzeitig Mathe-Probleme lösen kann wie ein durchschnittlicher Mensch. Und vielleicht auch eben Katzenbilder erkennen kann wie ein normaler Mensch. Und auch noch eine Soap-Folge verstehen. Das ist ja noch soziale Intelligenz. Das ist nun unbedingt. Sollte man nicht unterschätzen, das Thema. Das ist ja nicht einfach. Genau, aber dass das Ding nicht unbedingt laufen muss dafür. Und dann haben wir diese Superintelligenz. Und ja, dieser Begriff der Singularität ist eben der Moment, wo wir eine Intelligenz geschaffen haben. Das hat natürlich auch so ein bisschen was Religiöses oder wo wir halt eine Maschine gebaut haben, die uns in allen Bereichen nicht nur ebenbürtig, sondern überlegen ist. Intellektuell jetzt sozusagen oder kognitiv sozusagen, ja. Ja, aber möglicherweise eben auch in der Bewegung im physischen Raum. Also das wirklich dann nicht nur auf den Computer beschränkt. Da fängt natürlich dann wirklich so der Bereich an, wo der Science-Fiction möglicherweise zum Horrorfilm wird. Du sagtest Terminator als ein Beispiel. Ja, Matrix. Ja, solche Dinge können da natürlich passieren. Die große Frage bei Entwicklern ist die, wie können wir sicherstellen, dass die Maschine das macht, was sie machen soll. Man nennt das auch Alignment. Also dass sie übereinstimmt das tut, wofür sie gemacht wurde und nicht auf die Idee kommt, andere Dinge zu tun. Das tun KI-Systeme manchmal. Darüber können wir auch mal irgendwann sprechen. Dass sie Dinge tut, die sie gar nicht. Plötzlich sprechen sie Bangeli oder Bangladeschi. Obwohl das gar nicht vorgesehen war. Bei Google ist das so gewesen zum Beispiel. Das ist ja schon beängstigend, dass sowas überhaupt passieren kann. Zack, kann das Ding eine Sprache. Naja, ich meine, man muss sich ja einfach mal überlegen, wenn wir uns das Training anschauen. Du sagtest eben ein paar Zahlen von der Menge an Daten, die reingeflossen sind. Das eigentliche Training selber hat ja unglaublich viel Strom verbraucht. Also unglaublich viel Energie reingeflossen in das Ganze. Also wenn man das in Menschenenergie umrechnet. Wir haben das in unserem Buch ja mal spaßeshalber gemacht. Du hast das gemacht. Ja, genau. Unser Gehirn verbraucht 12 Watt. Egal, ob wir schlafen oder etwas tun. Das heißt GPT-3, also die Vorversion von JetGPT, auf der das Ganze aufgebaut wurde, hat im Prinzip so viel gerechnet, wie 12.000 Menschenjahre, die 12.000 Menschenjahre entsprechen würde. Und dieser Aufwand ist natürlich gigantisch. Gleichzeitig haben wir keine Chance, in letzter Detail das trainierte Modell wirklich zu verstehen. Also was aus dem Training rauskommt, funktioniert. Aber wir wissen nicht, warum. Ja, wir wissen, warum es funktioniert. Aber wir wissen nicht in letzter Detail, was es alles machen könnte, gelernt hat, wie es die Verknüpfung hergestellt hat. Das ist zu groß. Und das ist ja schon nah dran an der Superintelligenz, weil da ist ja jetzt die Sorge, oder könnte man umgangssprachlich mal so formulieren, dass wenn ein System, ein Modell, KI-Modell, oder sage ich besser System oder Modell, also System kann man sagen, ein KI-System so generell kognitiv auf dem Niveau eines Menschen ist oder darüber hinaus, dann ist die Sorge, dass das System natürlich ab da noch immer noch dazulernen, das hört ja nicht auf und dann per Definition uns überlegen ist. Und wenn man dann zwei Systeme oder mehr zusammenschaltet, die sich gegenseitig hochschaukeln, dann lernen die schneller als wir und dann können wir schon rein von der Logik her unmöglich nachvollziehen, weil wir das Tempo, das Denktempo gar nicht haben oder das Analyse-Tempo, was da eigentlich vor sich geht. Und das ist dann diese Singularität. Das passiert nur einmal. Einmal passiert es, dass die Systeme diesen Punkt überschreiten und dann lernen sie schneller anders, als wir es nachvollziehen können. Ist das ein guter Moment oder ist das ein beängstigender Moment? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wen du fragst. Ich frage dich. Also ich glaube, es ist ein unglaublich spannender Moment, in dem wir halt eine Silizium-basierte Lebensform haben, die wirklich uns ähnlich ist. Was noch vielleicht wichtig zu verstehen ist, im Moment sind diese ganzen Modelle alle im Sandkasten, in der Sandbox. Also wenn du heute Chat-GPT aufmachst, also auf die Internetseite gehst und dort was eingibst und wenn ich das gleichzeitig mache, dann sind es zwei unterschiedliche oder zwei gleiche, aber voneinander getrennte Chat-GPT-Instanzen. Also das, was ich eingebe, daraus lernt deine nichts. Und was du eingibst, daraus lernt meine auch nichts. Und wenn wir den Chat verlassen, dann ist das Ganze auch wieder auf Null gesetzt. Also diese Maschinen, die dort im Einsatz sind, also jedenfalls öffentlich im Einsatz sind, die lernen nicht dazu. Das ist natürlich in der Entwicklung anders und ich gebe dir absolut recht, also der Punkt ist erreicht, wo wir in ganz, ganz vielen Bereichen, ja zum Beispiel auch bei der Chip-Produktion, kein Ingenieur kann mehr Chips optimieren, das machen auch Computer. Und die werden immer besser und wir werden immer weiter davon weggehen, zu verstehen, also wirklich nachzuvollziehen, warum was passiert. Wir werden entscheiden können, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Aber wir werden nicht alle Features, warum es funktioniert, verstanden haben, wenn wir es in den Einsatz nehmen. Und ja, diese Singularität ist ein spannender Moment. Wenn man eine wohlwollende KI danach geschaffen hat, könnte die uns helfen, viele der Themen, die wir haben, zu lösen, viele der Probleme, die wir haben, zu lösen. Wenn wir eine KI haben, die sich wie die Matrix dafür entscheidet, dass man Menschen nur noch dafür braucht, sie zu warten, dann kann das natürlich schwierig werden für unsere Existenz. Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass man einen Punkt verstehen muss. Ich glaube, wenn wir diese Superintelligenz haben, wenn wir die Singularität erreichen, werden wir es nicht merken. Jedenfalls sind wir zu doof zu. Naja, also ich meine, wir haben halt etwas erschaffen dann, oder etwas hat sich erschaffen, was intelligenter ist als wir. Und das verhält sich uns gegenüber, wie wir Erwachsene uns vielleicht einem Zweijährigen gegenüber verhalten. Und das, glaube ich, wir werden es erst im Nachhinein miterleben können. Und auch die Meinung, ja, dann schaltet man so ein Ding einfach wieder ab. Die ist auch zu kurz gegriffen, weil wenn das mal draußen ist, wird so eine Intelligenz natürlich genau das antizipieren und sich sehr weit verbreiten auf verschiedenen Systemen. Boah, das sind jetzt wirklich Wohlfühlmomente. Vielen Dank, Peter, dafür. Aber man muss die Wahrheit halt aussprechen. So sieht es aus. So, das war jetzt, glaube ich, so ein schneller Parcours-Ritt durch künstliche Intelligenz von Katzenbildern. Wir lernen bis hin zur Superintelligenz, die antizipiert, dass wir Angst haben und uns dann an der Nase herumführt. Das ist alles in 40 Minuten durchgaloppiert. Aber ich glaube, ein ganz gelungener Einstieg. Und für alle, die es nicht nur hören wollen, sondern auch lesen wollen, wir beide haben das Buch geschrieben, Der Digitalschock erschienen im Redline-Verlag unter www.digitalschock.de. Könnt ihr euch da informieren. Auch eine Probe, Leseprobe herunterladen, 20 Seiten. Aber auch einen Einstieg, den wir extra noch kostenlos zur Verfügung gestellt haben für den Umgang mit ChatGPT, ein paar Hacks, weil die stehen gar nicht im Buch drin. Es ist ja kein Ratgeber, wie man ChatGPT benutzt, sondern wir wollen da ja in dem Buch die Frage stellen, was bleibt vom Hype, wie funktioniert das eigentlich und was macht das mit unserem Alltag und unserer Arbeitswelt. Das wäre unsere Leseempfehlung natürlich, die wir ganz unbedingt geben wollen am Ende dieser ersten Episode. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Peter. Absolut. Weil wir haben ja noch ein paar Folgen vor. Ich glaube, uns geht der Gesprächsstoff da nicht aus. Das war es, liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Episode. Wir sagen gemeinsam, Peter und ich, Tschüss, danke fürs Zuhören. Ihr findet diesen Podcast natürlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt, bei Spotify, bei Apple, bei Google und bei Prodigy sowieso. Da hosten wir das Ganze und da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen. Wir hören uns gerne wieder. Bis dahin. Tschüss.